Wie lange macht es, wie lange macht es, wie lange macht es, Aarau, Aarau muss 40 Minuten mehr. Der nächste 3er Toni Brown, bitte. Der Mann strimme absolut. So, das war jetzt schon gut raus, geht dann allerdings um. Grüninger aus der Ecke, auch 3. Auch für 3, 6 noch Start. Sivanowitsch, 3er, freche 3er ins Gesicht von Kane, innen auch. Guter Rebound, Dejan Ocher, EGWON! Jawohl! Ja, das wird auch mal müde, wenn sie schneller sind, vielleicht Dejan Ocher mit 3! Dejan Ocher mit 3! Gegen Kane, raus auf Hocher, guter Fake, kommt durch, bis zum Korbo, macht sie! Dejan Ocher, sehr gut, 3er, Dejan Ocher, nein! Rebound, Marco Lehmann, nicht mehr! Herr Lehmann, bitte! Adam Mirkovic aus, Nikolas Stefanovic, freche 3er! 3er, Nikolas Stefanovic, 3er! 3er, Suki Sivanowitsch, EGWON! Raten! Raten! Schuchtepper findet niemand, ausser die Grüninger, Step Back, Vorsicht, kein Fall, 3. 2. 3. Schuck auf Hocher! Wow, wie klein ist das Nummer 4! Wie es gerade blicken, klar, für 2! Dejan Ocher, EGWON! 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 Ah, jetzt ist Ivan Castro für 3er! Ja, Mann! EGWON! EGWON! Roni Brown auf Kyle Kane, Slammer! Wow! EGWON! 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 EGWON!